Unter dem Zeltdach ist was Besonderes los. Elfira spielt mit ihren Marionetten vor den Kindern. Alle gucken ganz gespannt zu. Das ist Znischinka Ballerinka, die Schneeflockenballerina. Die tanzt ganz zauberhaft. Nach Znischinka Ballerinka ist Wuvjo dran. Wuvjo ist ein Löwe. Aber ein ganz Lieber. Alle Kinder mögen ihn gerne. Zum Streicheln gerne. Danke Wuvjo. Und danke Elfira für dieses schöne Marionettenspiel.